In diesem Video geht es um die besten drei Fahrradträger. Der Anhänge-Fahrradträger ist ein vollständig faltbarer, kompakter und benutzerfreundlicher Anhänge-Fahrradträger für eine Vielzahl von Fahrrädern und E-Bikes. Selbst schwere Fahrräder können mühelos geladen werden und mit der optionalen Laderampe wird dies noch einfacher. Mit diesem robusten Fahrradträger haben Sie vollen Zugang zum Kofferraum, auch wenn die Fahrräder geladen sind. Falten Sie den Fahrradträger zu einer kompakten Größe zusammen und verstauen Sie ihn im Kofferraum, perfekt für spontane Fahrradabenteuer. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Innovativer Fahrradträger für Radtouren oder Urlaubsreisen, klappbares Design, analoge Beleuchtung und robuste Materialien garantieren Sicherheit und Funktionalität in einem Paket. Geeignet für zwei Fahrräder mit einem Radstand von bis zu 1300 mm und einem Rahmendurchmesser von 80 mm, auch für E-Bikes und Pedelecks geeignet, maximale Traglast von 60 kg. Die praktische neigbare Funktion ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum des Autos, auch wenn er voll beladen ist, da er klappbar ist, kann er leicht zu Hause oder in der Garage verstaut werden. Der Fahrradträger wird bereits montiert und einsatzbereit geliefert, Multifunktionsbasis für Zubehör, Dachbox, Multifunktions-P, Laderampe, Erweiterung für ein drittes Fahrrad, Hülle und so weiter. Im Lieferumfang enthalten, 1 Fahrradträger Westfalia BC60 für Anhängerkupplung, Multifunktionsbasis, kompatibel mit Box, Tasche oder Erweiterung für das dritte Fahrrad. Der dritte Platz gehört dem Sparprodukt. Der Kugelkopf ist fest verschraubt oder geschweißt und bleibt daher immer sichtbar. Es ist nicht erlaubt, einen verschraubten Kugelkopf zu entfernen, die Betriebserlaubnis erlischt. Wenn Ihr Fahrzeug eine Einparkhilfe hat, kann in den meisten Fällen keine feste Anhängerkupplung installiert werden. Der Kugelkopf eines abnehmbaren Systems kann entfernt werden. Es gibt zwei Systeme, das automatische System und das Hebelsystem. Der Kugelkopf wird durch einen Verriegelungshebel oder ein Drehrad freigegeben. Das Drehrad wird herausgezogen oder gedrückt und dann in Richtung des Fahrzeugs gedreht, bis es einrastet. Der Kugelkopf kann dann entfernt werden. Um den Kugelkopf zu fixieren, wird er eingedrückt und in die Aufnahme gesteckt, bis das Drehrad wieder zurückgeht. Der Kugelkopf sitzt dann wieder fest in der Halterung. Mit diesem System besteht in der Regel die Möglichkeit, den Kugelkopf zu verriegeln. Bei diesem System wird der Kugelkopf entfernt, indem ein Hebel geöffnet wird. Der Hebel muss sich wieder einrasten, damit der Kugelkopf entfernt werden kann. Kugelkopf 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 Kugelkopf